So, herzlich willkommen wieder hier bei ShishaTV. Wie der Domi hier vermisst, der ist heute hinter der Kamera. Da kennt ihr euch am besten aus. Ich bin der Tobi und wir sind heute hier im Laola in der Schacht. Wir haben ein bisschen Shisha-Raufen. Und zu meiner Rechten hier sitzt der Marke Sene. Und was machst du hier? Das war Servus an alle. Und zwar sind wir aus vollem Grund hier. Am 5.9. in der Front der Main mit meinem Partner im Penthouse. Und jetzt ist von Shisha-Raufen eine Veranstaltung statt. Kommt vorbei. Ich bin auch am Start. Jungs für Shisha-Raufen sind auch am Start. Und wir möchten euch das gleiche Vorgeschmack zeigen. Und zwar habe ich hier ein Kartenteck. Jeden Mal, wer immer anfängt, ein Kartenteck. Und Tobi, schau mal. Kannst du den Hütschspiel am Hauptballon? Ja. Darf ich aber richtig Geld verlaufen, ja? Einfach das... Mein Bein Geld, mein Spaß. Ey, schau mal. Mal gucken, was englisch ist, okay? Und zwar habe ich hier Dame Herz, okay? Mal kurz in die Kamera zeigen. So. Aber dann habt ihr das auch. Jetzt ohne zu gucken. Was hast du da in der Hand? Dame Herz oder nicht? Was meinst du? Dame Herz. Wollt ihr 50 Euro retten? Ja. Die Wettereien? Ja. Okay. 50 Euro ist ein Pott. Okay. Wo ist Dame Herz? Ich habe hier Dame Caro einmal für die Kamera. So, ich mache es ganz langsam. Und zwar gebe ich die Dame Caro und dafür nämlich Dame Herz. Jetzt ohne zu gucken, was habe ich in der Hand. Dame Herz oder Dame Caro? Ja. Was denkst du? Ja, Dame Herz, ne? Ja, Dame Herz. 25 Euro, nein, Spaß. Hast du auch schon, ne? Okay, Dame Herz. Ich mache es ganz langsam. So. Ich gebe dir Dame Herz und Dame Caro schon gut. Jetzt meine Frage an dich. Wo es Herz, wo es kann. Ich nehme Dame Caro so gut. Genau. Ja, das ist nichts für Ballen. Ich glaube, diesmal spricht ja nicht ich ein wenig auf ihn drauf. So. Magier kennst du schon bekannt. Was schönes Tauern. Und zwar, das machen wir uns was anderes. Ich mache für die Kamera. Da habe ich hier eins. Zwei, drei, vier Papierstücke. Dann füllen wir mal so fest. Perfekt. So. Entschuldigung, meine Frage an dich. Hast du schon Roto gewonnen? Leider, das ist welches nicht hier? Heutzzeit höchstern habe ich hier 50. Habe ich 100, habe ich 200 Euro. Okay. So. Einen für mich für dich. Der Rest für die Wette. Für die Wette. Genau. Der Rest ist für mich. Und. Kannst du reinstecken hier? Nicht, dass ich Fleisch war. Auf jeden Fall. Das war vielleicht das Shoutout Video für euch da draußen. Mein Name ist Magier Sinem. Kommt vorbei. 15 Leute. Apart und Penthouse. Und. Ich würde mal sagen. Schönen Abend. Das war jetzt. Das war jetzt das erste Mal. Alles? Das war jetzt. Ich bitte. 2. Musik Musik